Puh und er geht fürs Messer Was schwinge? Doch, kriegt er Ah, Bomben, Ende gelände So einen großen Feuernfall, Lume Bam Der Heli geht gerade runter mit wahnsinniger Geschwindigkeit Hab ihn, in der Luft Da ist auch ein Harder Richtung Panzer läuft GG Warte Sind jetzt da im Wald Ich hab den Heli Das sieht ganz gut aus Immer schön Druck machen Der Feind ist jetzt besser Feindhubschauer lang Direkt neben unserer HUB Ich wiederhole Feindhubschauer Nach dem Nordwesten unserer HUB Wir haben einen Feindhubschauer auf Charlie Wir haben einen Feindhubschauer auf Charlie Boom Ach man, hier ein Jahr eins gesetzt Als ob der mit einer HUB nicht drauf geht Der Hubschauer landet hier Ich komm mal zur Tür Ich versuch den Hubschauer zerrissen Hardhitter vorhin Hier runter Ich versuch den Hubschauer 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 Blau, South, Observe Mehrere Feinde Definitiv Granate die da geht Oh shit, sorry! Gute Granate in den Feindnachstuhl Was ist das? Oho Ja, ich hinko Ja, genau Das kann auch so ein bisschen Ja Das muss auch fast alles essen Fehlz, fehlz, fehlz Noch ein fehl Ich kann den Feindnachstuhl Aaaaaaahhh! Oh! Ich bin hier von Lofi! No, use me, use me! Let me fucking stab these cocksucking heads! Fuck! Yes! Thank you! Okay, get ready. I want you to stab me right into his fat little belly. Oh god, this feels amazing! Oh no! Negative, Lofi low. Yes, fuck yes! More, more! I need more stabbing! Movemark immer noch einer, in Bullshit oder so. In der Straße entlang rechts. Oh, fast! 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 You can still sell me kolomal. Oh! Was für die Weltbesten Markswin-Guides Exklusiv hier auf diesem Kanal. Das Wichtigste beim Marksmann oder Scharschützen ist, jeder Schuss muss sitzen, deswegen benutzt der Scope. Immer dran denken, ihr habt beim Scharschützengewehr oder Marksmann-Gewehr auch einen Biport benutzt, denn dann könnt ihr auf Range noch besser arbeiten, vor allem wenn der Gegner weit weg ist. Flage 30 Auf der Insel, Achtung, Insel. Bravo. Die Gegner steht übrigens wieder. Die Gegner hat wieder aufgeschautelt. Ja, kommt ja keiner. Hilft ja keiner. Keiner sucht, keiner findet. Dann kann er her. Nächster um die Masse 2. Das vorherigen 2. Das war dann so, weil die Masse 3 Kiege. Killing Strip. Das war dann so mal Verstärkung, wie er die nicht so gegen das Gegenteil. Du kannst es nicht sagen. Monster, Hedgehog! Ultra, Kill! Unstoppable! Monster, Kill! Ja da muss noch ein Rallye sein, ich hab mit Ein illegaler Mitfahrer, ich hab 2 mal decket mich, ich sitze da drauf, dich drückt Komm wir spielen, das spielen wir mit dem Panzer Ich mach das hier hoch an, lass mich da hoch fließen, komm das Fahrzeug Ja, beide MBTs Ja schön Ja schön die wollen sich munter reparieren und du kannst ja weg schießen ich glaube ich bin dron ach scheiße Polo schlösschen fein, trafst du den? relativ mach langsam einfach pass auf weil der Turm sich hindreht Eiger kann den nicht hinschießen böse und schade kommt sie weg der zweite auch noch da ok ok oh fack wer denn und spiel sehr schön pack ihm da alles dran pass auf der dreht langsam seinen Turm zu dir ich zwing ihn mal zu mir zu gucken ich bin mal weg sonst ist der Patzer mich kaputt MBT ist da noch dran jaja das ist ja ein doppelter Spiel mit dem MBT das sind bei beiden nur noch die Gunner in dem Megaturm drin sehr schön, sehr schön nicht frei schau die sind ganz hoch die sind ganz hoch die sind ganz hoch dann füte die sind die lider in dem Körper nicht zu ist die sind die sind die sind die sind die sind Und brauche ich sicher jetzt nicht Richtung Wehrhaus, ich bleib der Astari Ich komme, dass ich zu euch zustoße, ich laufe ganz außerhalb Ich bin immer noch rein, aber auch immer Also, machen wir vielleicht hier, oder? Nö, leider nicht Ich bin die ganze Zeit am Panzer, guck, dass da keiner reinkommt Da war zum Beispiel wieder die Besatzung Hast du den? Im Norden, ja Der ist links von dir gewesen Da liegt er in dem Hof Tot Ja, guck mal da, an dem Fahrzeug kannst du dich aufmunitionieren Bei dem Kommandfahrzeug Augenblick ist geklärt, Charlie weiterverführen Richtung Süd, braven Nord Kommen bitte zu uns zurück Ich komme so schnell ich kann Mein Name ist nicht Ich bin jederzeit Bei dem Ich bin jederzeit Ich bin jederzeit Die Augenblick auf den Djawumen Ich bin jederzeit Vielen Dank.